Nun, aus welchen Gründen auch immer, Ray, nenne es Schicksal, nenne es Glück, nenne es Karma. Ich glaube daran, dass alles aus vorbestimmten Gründen geschieht. Ich glaube, dass es unsere Bestimmung war, aus dieser Bruchbude hinausgeschmissen zu werden. Ja, wir sind wieder da. In Folge 12 von ManCave, die Männerhülle, beschäftigen wir uns mit den Ghostbusters. Alles rund um die Figuren, die Cartoon-Serie und natürlich die Filme auf den Spuren der Ghostbusters. Demnächst hier bei ManCave. Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja.